Prinz Harry hatte am Montag einen überraschenden Auftritt auf Instagram, nachdem Rob McElhenney ein Foto von sich und seinem It's Always Sunny in Philadelphia Costa Glen Howe Aton beim Abhängen mit Harry gepostet hatte. Auf dem Foto trägt Harry ein schwarzes Hemd und einen passenden Bläser, während er das Foto mit Melanie und Howe Aton macht. Das Foto wurde aufgenommen, als das Trio im September am Fußballspiel zwischen Inter Miami CF und Los Angeles MFC Stadion in L.A. teilnahm. Abgesehen von dieser leichten allergischen Reaktion auf die Nüsse war 2023 eines der besten Jahre meines Lebens, beschriftete Melanie das Fotokarussell, auf dem auch Charlie D. und seine Frau Kathleen zu sehen waren. Vielen Dank an die Menschen und Orte, die es möglich gemacht haben, fuhr der Schauspieler fort. Mein Leben ist wegen dir voller Liebe und Freude, schloss er. So aufgeregt für 2024, ich werde mich von den Nüssen fernhalten. Herzog von Sussex war nicht die einzige Berühmtheit, die in McKellen's Diashow zu sehen war. Er erinnerte sich auch an Ryan Reynolds, der zusammen mit ihm die Rex am Fußballmannschaft besitzt. Ryan Reynolds weigerte sich jedoch, ein Foto mit Harry zu machen, da es Spannungen mit den Haars wegen der Invictus Games gab. Viele Kommentatoren scherzten über Melanys mehrfache Auseinandersetzungen mit der königlichen Familie im vergangenen Jahr. Dieses ikonische Bild von Prinz Harry, schrieb ein Nutzer auf seinem Instagram. Ein zweiter Benutzer fragte, haben sie wirklich versucht, die Königin mit der Faust zu schlagen? Marco ist nirgendwo zu finden. Kein Wunder, dass Harry lächelt. Das Bild ist vom September. Harry versucht, so auszusehen, als hätte er im Jahr 2024 Freunde, sagte der vierte. Ein anderer fügte hinzu, Harry in einer Bar, er ist nie mit den Invis-Kindern zusammen und sucht nach einem Grund, ihnen zu entkommen. Experten zufolge läuten Prinz Harry und Meghan Markle das neue Jahr ein, sie haben noch viel Arbeit vor sich, um das öffentliche Image und die beruflichen Ziele zu festigen. Der Kulturexpert Nick Eid sagt, dass das Jahr 2024 ein Scheideweg sein wird, wenn sich das Paar richtig etabliert. Er empfiehlt, sich auf ein Element zu konzentrieren, anstatt alles könne zu sein. Harry, die Herzogin von Sussex, zeichnete sich in der Vergangenheit durch Lifestyle-Themen aus, und Harry, der Herzog von Sussex, durch die Invictus Games. Eid schlägt vor, dass dies weiterhin ihre Prioritäten und nicht ihre Bestrebungen in der Hollywood-Unterhaltungsindustrie bleiben. Nächstes Jahr ist ein wichtiges Jahr für sie und sie müssen sich richtig etablieren, fuhr er fort. Sie müssen zum Wesentlichen zurückkehren. Meghan muss sich auf Lifestyle, Schönheit, Mode und Schauspielerei konzentrieren und Harry muss sich auf die Invictus Games und darauf konzentrieren, für viele eine Vaterfigur und Mentor zu sein. Harry und Meghan versuchten nach ihrem Umzug nach Amerika, Hollywood zu knacken, aber ihr großer Netflix-Deal hat bisher nur zwei Projekte hervorgebracht. Frühere Spotify-Partnerschaft endete ebenfalls, als ein Spotify-Manager die Sussexes berichten zufolge als Gripper bezeichnete, als Zeichen dafür, dass sie die Zusammenarbeit mit Großkonzernen infrage stellten. Eine erneute Fokussierung auf bewährte Stärken wie die Invictus Games oder Megans Lifestyle-Projekte könnte dabei helfen, das öffentliche Image zu verbessern. Untertitelung im Auftrag des ZDF fürilosophie